So, die Tobi ist da. Herzlich willkommen zu Part... Keine Ahnung. Du bist so ein Wichsfrosch. Du musst sie sich immer im Weg stellen. Der hier One-Hit-Viecher. Naja, bestimmt weil die Gegner nicht mitwachsen, auf Deutsch gesagt. Also, die werden nicht stärker. Nur wir... Ihr Klein-Hoten-Kobo-Beutel. So, links...rechts... Du noch. So, weg, weg, weg! Oh, ich hasse diese Steuerung. Wenn ich will Kontrolle haben. Wenn ich will unbedingt Kontrolle haben. Können wir nicht anwesend? Na, was macht denn das hier? Und Feier! 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 So, das bringt uns einige Items. Äh, wieder ein bisschen Energie. Also hier, äh... Das wollte ich jetzt gar nicht machen. So. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Äh... Ja, es ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage, kleiner... ...Held... ...Gnom... ...Assi. Ja... ...Lockpoint-Point. Ne, Lockout-Point. Naja, also manchmal nervt es eigentlich, dass die Gegner mal wieder da sind, aber... ...Naja... ...Piste ich hier! Schau mich nicht an! Red nicht mit mir! Und dann hau einfach ab! Hühnerschreck! Erschreckt! Neue Treffen! Mh... Treffen wir den auch? Sauber! Na, ich den da! Kleine Ratte, Alter! Ich schaffe es nicht mal jemanden zu retten, Alter! Ich bin voll der Noob! Dass die... ... immer das gleiche schreien! Es nervt nach einer Zeit, ganz ehrlich Nein, hier ist ja keiner mehr, hier haben wir ja alle gekillt Weil ich gebe kein Gold dem Bösen Weil wir sind ein guter Kerl Ein guter, heranwachsender Mann Und Gold bezahlt nur wegen der Wegpassierung Nö Wir kriegen eher meinen Fall ins Gesicht Und deswegen ist hier keiner mehr da Ich weiß, ich kann auch, glaube, teleportieren, weil ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt rennen muss Nicht, dass es jetzt allgemein jetzt so lange dauert, wenn ich hier immer nur renne So, jetzt habe ich mal wen gerettet Was für eine Demonstration der Sterben Ja Ja Erstaunlich Na, Hinder schreck Ich sollte echt mal bald meinen Namen ändern Beziehungsweise, wie ich mal gerufen werden soll Ob die auch eigentlich neue Features hinzugefügt haben Und vielleicht einen Und vielleicht einen Nein Verpisst euch Weg 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 Vielleicht neuner? Weg 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 Weil ich glaube, wenn du durch ein Tor gehst, gehen 5 weg. Also musst du mindestens... Keine Ahnung... Du musst schon eine Weile... Ach, das ist ein Räuber! Weg mit dir! Bäm! Links! Rechts! In deinen Fresse! Halt doch! Ach, der hat noch gelebt! Ich habe ernsthaft gedacht, der Händler, der schlägt mich! Oh, okay! Alter! Ja, da merkt man auch schon den Unterschied! Geht man zwei Dinge weiter? Ich wollte das jetzt nicht machen! Alter! Weg mit dir! Ich schlag dich später mit meinem Topf, Alter! Oh! Das wollte ich jetzt gerade erst recht nicht machen! Aber schön, dass ich jetzt weiß, wie es funktioniert! Das ist Zeit für langsamen! Dann guckt er, dann merkt er schon an... ... ...wie das verlangsamt! Wie das verlangsamt! So! Hehe! Weil... Weil das ist... ...nachher zwar... ...eigentlich ist gar kein Zauber wichtig... ...oder überlebens... ...überlebens... ...wichtig, aber... ...ähm... ...es hilft aber ein... ...später... ...wow, wow, 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 wow... ...jans ruhig, Brauner! Also... ...ich gebe euch immer wieder den Tipp... ...spielt das bitte mit Controller! Mit Maus und Tastatur... ...das ist... ...gar nicht dafür richtig optimiert... ...du kannst nichts ändern... ...also... ...bei mir ändert der gar nichts... ...ich kann mir die Steuerung zwar angucken, aber... ...ich kann sie nicht umändern... ...aber... ...naja... ...zum guten... ...man gewöhnt sich schnell dran! Was? Call of Duty? Ja, da haben wir den... ...fetten... ...nummer... ...schön gekillt... ...den konnte ich jetzt nicht retten... ...ha... ...heide getraut! Ooh, das wollte ich doch gar nicht! Aber guck mal, wie es verlangsamt. Also, das ist schon richtig krass, oder? Hält auch einigermaßen schon sehr lang an. Ich glaube, das erhöht später, glaube ich, nur die Zeit, wie lange das anhält. Das ist wirklich, hätte sie anders machen sollen. Das hört sich grausam an. Wirklich grausam. Aber naja, was soll ich dazu sagen? Ach, weiß ich nicht. So. Am nächsten Mal teleportiere ich echt, weil dann dauert das echt zu lange, weil ich möchte die, äh, das alles hier echt nicht herauszögern. Lol. Da, nein. Da ist sie. Hm, die sind ja noch einfach. Also, da finde ich die Hops viel schlimmer. Ah, das hat mich grad erschrocken. Da hinten ist auch noch einer. Neu. Irgendwo. Da. Oh, Leute, wisst ihr was? Ich mag ganz gerne Werwolf-Filme. Werwolf ist zwar für mich ein Mythos, aber ich finde die, allein den Mythos finde ich einer der besten, den es gibt. Und Werwolf-Filme gucke ich sehr gerne und ich kenne auch ein paar. Aber leider... Versucht euren Kampf-Multiplikator noch höher zu bekommen. Warum, Alter? Und... Naja, ich finde die richtig geil. Es gibt nur ganz wenige, die auch richtig gruselig sind, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Oh, das möchte ich nicht sein oder da will ich nicht sein. Und es gibt auch ein paar Serien über Werwolf-Filme. Das ist irgendwie für mich Kinderkacke. Ich wünschte, die Filmeindustrie irgendeiner Firma sollte mal einen richtig geilen Horror-Werwolf-Filme rausbringen. Also ich würde definitiv gucken, aber viele gucken wir nicht, weil, ja, ausgelutscht das Thema. Bleib versteh, du hässliches Kind. War nicht so hässlich. Oh, du bist ein Stück. Die Steuerung, Alter. Fick dich. Mensch. Wo kommt ein Gine überhaupt jetzt her? Oh, die Steuerung. Das zieht ja fast gar nichts ab. Kleiner Wichsforschung. Mensch, du sollst das nicht machen. So, wo ist der andere Vogel hingelaufen? Kleine hässliche Spanferkel. Da guckt der mich an und kriegt dann mal fetten Feilen in die Sicht. So ein Nasenheld. Na ja, auf jeden Fall Werbefirma ist das Beste. Oder Zombie-Filme, richtig geile Zombie-Filme. Da seid ihr ja. Wurde auch Zeit. Einige der Jungs konnten wohl nicht warten und haben schon angefangen. Wir sollten mitmischen, solange noch ein paar Händler übrig sind. Oh, und macht keine Gefangenen. Wir haben bereits genug davon. Äh, wieso kriegen wir da eigentlich so eine Belohnung? Ich dachte, da gibt es dann 400 runter. Äh. Soll ich mal böse sein, Freunde? Ach komm, einmal. Kann man doch mal machen. Dann kriegen wir zwei böse. Guck mal, wie viel kriegen wir, wenn wir einen töten. Einmal können wir böse sein. Einmal aber nur. Hm. Muss ich konzentrieren. Okay. Das war nix. Okay. Das war nix. Es tut mir leid, aber... Ich wusste eigentlich nicht, aber... Ich, äh, wollte einmal böse sein, und... Deswegen mach ich diese Mission. Ich glaub, die sind nachher weg dann, oder? Was ist das hier? Oh, keine Ahnung. Doch, die ist doch so'n Ziel. Okay, hat er schon. Na! Oh, das sind so'ne Fetten. Ziel, spann. Alter! Und dafür ist dieses Teichvorlangsam geil. Und dafür ist dieses Teichvorlangsam geil. Und dafür ist dieses Teichvorlangsam geil. Weil, die haben kaum eine Chance. Oh, da kommt der Häuptling. Ah, weggeroll! Okay, wir haben nicht genug Manna. So, jetzt gibt's auch Fresse. So, da lebt noch wer. Was ist das? Nein, hier lebt noch einer. Okay, einer ist da hinten noch. Das tut mir leid. Seht mal, wen wir hier haben, Jungs. Er wollte sich nach Oakvale schleichen. Warum übernehmt ihr das nicht, oh Held? Bitte, nicht umbringen. Ich hab nichts getan. Ich hab Familie. Ich hab einen Laden. Zeig es ihm, oh Held. Sorry, sorry. Aber wir haben irgendwie... Haben wir noch den Heiligen-Schein? Nein. Okay, ähm... Ja, Leute, das war Apart. Keine Ahnung. Hat mir voll vergessen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und, äh, werden wir uns in Zukunft auch teleportieren. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und vielen Dank fürs Einschauen in euer Tobi von Turbulent.